Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Zusammen werden wir Gears Tactics spielen. Das ist von der Reihe Gears of War. Ich habe die Reihe noch nie gespielt. Ich wollte es einfach mal mit euch ausprobieren. Das ist auch so ein Taktik-Shooter. Und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, oder? Erweiterte Kampagne spielen wir mal. Jo, wir spielen auf Mittel, würde ich sagen. Wird bestimmt wieder ganz schön knackig, aber wir probieren es einfach mal. Akt 1, Kapitel 1, Stunde 0. Nach Jahren erbitterten Krieges hatte die Menschheit endlich Frieden gefunden. Bis zum Emergence Day. Als sich ein neuer, albtraumhafter Feind aus dem Untergrund erhob und unsere Welt heizmutter. Wir haben viel verloren, aber nie unseren Siegeswillen. Mitbürger von Times, heute wird die Koalition der ordentlichen Regierungen zurückschlagen. Diesen unsäglichen Bestien, diesen Locust wird heute Einhalt geboten. Ich, Vorsitzender Prescott, habe einen vollen planetaren Angriff mit dem Hammer der Nordenröte genannt. So haben wir einmal die Koalition in die Nordenröte genannt. So haben wir schon die Verkaufssituation, die wir in den letzten Jahr zurückgekommen hätten. Wir haben aber gerne auch eine garde Kampagne, die wir ausbauen. Im Trip invitation werden wir hier weiter mit dem Hammer der Nordenröte benutzen. Die Dauer, die sich in den Nordenröte bilden, das war schon zur Zeit, Die Kampagne schlagen, die Dauer und die Kampagne. Aber das waren die Kampagne, die Kampagne zu roßen. Und wir haben diesen Kampagne zu deutlich. Und wir haben das Grünen in der Nordenröte. Können die... Komm fort, Private. Wenn du Preskitts Blödsinn überlebst, kannst du alles überleben. Wer fackelt die ganze Welt ab, um die Maden zu töten, Sarge? Werde ich sie jemals wiedersehen? Ich weiß nicht. Hm. Brauchst du einen Unterschlupf? Komm schon. Wir feiern eine Party. Du solltest das annehmen. Dias. Sonderauftrag, Sergeant. Begeben Sie sich sofort zu General Beckets Büro im CIC, um Geheimdokumente abzuholen. Bestätigen. Nein, Sie haben den falschen Gear. Ich kümmere mich um den Fuhrpark. Sie haben Ihre Befehle. Zentrale Ende. Und lass mich warten. Du begleitest mich dorthin. Nun, wenn du darauf bestehst... Ab hier geht's wohl zu Fuß weiter. Das CIC ist da vorne. Geheimdokumente 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 Scheiße, Locustruppen im Anmarsch. Drauen, ich sehe sie. Geheimdokumente Geheimdokumente So, auf geht's. Das sah ja schon echt gut aus. Äh... Ja, VASD... Q&E... Alles klar. In Deckung, Diaz. Im Fuhrpark vergessen, wie man kämpft? So ungefähr. Bring Gabe in Deckung. Ich habe freie Sicht auf die Drohne. Greife an. Schieß mit den Hammerbürsten, äh, die Hammerbürsten oder... Hammerbürsten. Leert das zu bestätigen. Nimm das ausgebildet hier unter Beschuss. Ein AP, Aktionsdienst. Sunny, okay. Hast du freies Schussfeld, dann schieß! Ziel ausgeschaltet. Da ist noch einer. Sind das denn 500 Lebenspunkte? Oder was soll das sein? Okay, das sind wahrscheinlich die Aktionspunkte. Trefferschance 12%. Nimmt der Finger im Abzug? Schieß auf die Drohne! Okay. Verflucht. Die Maden haben sich eingegraben. Flankieren. Verstanden. Begebe mich in Position. Sit Redbird. Los, alter Mann. Wie auf dem Präsentier-Teller. Taktik.com Zeig detaillierte Informationen zur Trefferschance an. Verwende R, um Taktik, eine Ein- und Auszuschalten. R. Hättest du unter der Erde bleiben sollen, Maden! Aktion, ein Aktionspunkt, ein, zwei, drei Aktionspunkte. Die meisten Fähigkeiten erfordern Aktionen. Für die Fähigkeiten, die es überblickt, werden mehrere Aktionen benötigt. Jede Einheit hat drei Aktionen, die auf Bewegung schießen und Fähigkeiten verteilt werden können. Die Hammerangriffe warten nicht auf uns. Erledige diese Maden, damit wir zum CIC kommen. Bringt mich nicht mal ins Schwitzen! Wechsle die Position. Jo, was ist das? Kettenfäger? So, dann sind wir offen, oder? Komm, scheiß drauf, wir probieren es einfach mal. Schön blutig, so wie ich es mag. Streife an! Alles klar, dann los! Hast du einen Namen, Soldat? Redburn. Sid Redburn. Erzähl mal, Sid Redburn. Du weißt ganz offensichtlich, wo du hin willst. Also, wieso bin ich hier? Schätze, da oben mag dich jemand, Sergeant? Okay. Passiv ein Kommando. So, wenn diese Einheit eine andere Einheit tötet, wird jeder Verbündete um 4% seiner Maxima. Okay. Feindaktivität! Ich bin bereit! Bin unterwegs! Ähm... Ja? Ja? Oh, der Keif! Ja? okay wir spielen glaube ich grafikmäßig spielen wir so sieht das ungefähr aus wie für grafikmäßig spielen nur für die leute die es interessiert mehr kann ich leider nicht rausholen aber ich denke mal es ist noch im anmarsch haltet sie auf abstand es ist jetzt nicht grottig schlecht aber sie im visier ich gebe auf die feuerschutz feuerschutz und die für der fähigkeit feuerschutz können einheiten während der züge deines gegners schießen dann einheiten feiern einmal für die aktion die sie weiter aktivieren ok die reichweite los die bändlich vor ziel erfasst ich überwache von diesem winkel aus scannen jetzt nach baden schlechte idee scheißkerle kann mich nicht bewegen bis du ihren feuerschutz bricht kann mich nicht bewegen bis du ihren feuerschutz bricht schuss bestätigt auf dem weg zur drohne manche gegner können zu boden gehen wenn ihre gesundheit erschöpft ist wenn du eine einheit zu einem gegner am boden gewächst wird der gegner hingerichtet das hinrichten von am boden liegenden gegnern gewährt allen anderen verbündeten einheiten eine bonusaktion die drohne ist auf dem präsentiertöller schnapp sie dir lecker so ein anblick inspiriert einen gier geradezu habt ihr noch ein extra für diese drohne noch mehr das dokument hinter dem wir hier sind sollte besser verdammt wichtig sein über unsere gehaltsstufe sergeant ab zum cac bevor uns der blitz trifft verstetigt wer hat denn es noch zwei dann kann ich ja jetzt hier hin dann kann ich ja jetzt hier hin und vom vorfeuer schutz gehen alter ausschauer Achtung! Ich seh' dich! Zurück in deinem Luch! Machen wir ernst! Shit! Nur noch eine Kugel! Das reinste Kinderspiel! Find' ich auch! Feindaktivität! Waffe entsichert! Wer mit angebracht war? Eins von vier, wenn ich jetzt nachlage... Mehr mit ihnen! Vier von vier, alles klar. Komm, machen wir einfach weiter. Ich sichere den Bereich hier! Okay, hier würde ich auch nach... Okay, weiter geht's! Aber anscheinend unendlich Munition. Halte die Augen offen! Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus! Waffe entsichert! Waffe entsichert! Vorwärts! Machen auf dem Vormarsch! Bereit für die Konfrontation! Okay, eins, zwei, drei! Habe alles im Blick! Jetzt geht's zu Fuß weiter! Los Marsch! Haltet die Stellung, Leute! Locust eliminiert! Los geht's! Abschuss bestätigt! Erledigt die letzte Male! Klasse! Ah, okay! Einmal schießen, einen Aktionspunkt! Okay! Was läuft? Dann kann der voll oft schießen eigentlich! Alles sauber! Los in CIC! Unterwegs! Eigentlich gar nicht mal so verkehrt! Unterwegs! Also, es bietet mehr Möglichkeiten, wenn sich das richtig... Locust-Aktivität! Machen wir was draus! Wir sind im Vorbeiflug! Nein! Los! Okay! Also, wonach suchen wir? Nach einem streng geheim aussehenden Ordner! Was ist so? Dafür hast du später noch Zeit! Wir werden Spaß haben, du und ich! Nein! Ich hab Preskitt gesagt, dass ich das nicht mehr mache! Zeit zu geben! Konntest dich nicht ewig im Fuhrpark verstecken, Dias! Los! Der Hammer nähert sich schnell! Zurück zum Transportpanzer! Scheiße! Reaver hat Verstärkung gebracht! Da kommen sie! Aufrücken! Kriecher! Dafür haben wir keine Zeit! Beseitige sie mit einer Splittergranate! Gerne doch! Alter, das geht ja schon ganz gut ab hier! Erströmer! Ein Splittergranate! Was man noch mit sich? Der Kampf gegen Gegnerschaden war zum Schließen von Ausgangslöchern! Okay! Um Ende? Werfen eine Granate. Und wir zum Preis von einem. Töten wir den Rest, dann evakuieren wir. Halt der Ausschau. Bestätigt. Los geht's. Achtung, bereit machen für die Arschlöcke. Machen wir ernst. 24, 22. Was zum? Munition geht aus. Wir haben hier Deckung. Mal sehen, was hier zu bieten. Scheiße. Sie wusste nicht, dass sie da mit war. Waffe entsichert. 36. Ich will noch einmal schießen. Der Plan ging nicht so auf. Motor kämpft. Frankiert. Wir haben hier Deckung. Lade, Achtung. Habt ihr Visier. Munition. Zeit, ein paar Magen zu schreddern. Nachgeladen. Das war mein Kill, Soldat. Ah, Granat hat Abkingszeit. Okay. Ich bin unterwegs. Hier. Fiat uns Mühe. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Schild! Was jetzt? Da! Gehen wir drumrum! Klar, wegen der schönen Aussicht. Was ist der Plan hier? Zum Träsur! Lauf! Was? Bist du denn irre? Mach schon! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Eins muss ich Prescott lassen. Der Mann ist gründlich. Na los, suchen wir einen Weg zurück. Völlig verkohlt. Hoffentlich ist der Transportpanzer nicht Schrott. Sonst wird es ein langer Weg zum Bunker. Ah, ok. Gehre zum Fahrzeug zurück. Bereit machen! Alter, es geht hier ab. Erste Folge, Alter. Aber was mich stutzig macht... Seit wann kann man ein Tresor von innen öffnen? Ich mein' ja nur. Also... Ok. Weiter geht die wilde Reise. In Bewegung. Die Maden nähern sich. Machen wir uns auf die Socken. Das klingt nach nem Ausgangsloch. Geh da rauf! Die Maden graben sich bald raus. Dann sind sie also wieder am Start, was? Soviel zu Prescats Hammerangriffen. Äh, ja. Begib dich zu dem Standort an der Kiste, um sie einzusammeln. Öffne die Kiste nach der Mission, um starke Upgrades zu erhalten. Die Mission wird dir gut tun, Dias. Was auch immer. Tu nicht so schüchtern. Du hast die Ränge im Sturm erklommen und endest im Fuhrpark? Wieso? Um von Prescotts Mission wegzukommen. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Eingraben, da kommen sie. Was schließt er, ist was? Da kommen Locusts aus dem Untergrund. Wirf eine Splittergranate in das Ausgangsloch. Wenn wir es nicht schließen, kriechen wir noch mehr raus. Denkst du, das ist mein erstes Ausgangsloch, Sergeant? Vorständig, wirf nur, oder kann es mit einer Splittergranate geschlossen werden. Ausgangslöcher können nicht zerstört werden, wenn sie nur aufgebrochen sind. Okay. Ja. Aha. 62, 50, 24. Ich bin hier. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Scheiße, da muss eine Flamante sein. Wie weit kann der Typ werfen? Fuck. Fuck. Verstanden. Sani, auf dem Weg! Ich dachte, das wäre nicht Splittergranate. Fängt er schon wieder genau... Ah, das ist er wieder. Daneben! 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 Die Flakstionspunkte hat ja noch. Einen. Munition, ihr Zornayge! Ja, dann kassiert der, ne? Okay. Granate werfen. Werfe Granate! Komm ins Schwarze! Sie haben ihre Krallen geschärft! Fuck! Sind steckt in Schwierigkeiten! Häh- Fällt es! Man belebt sich selbst wieder und erhält einen Aktion... Das wird schon wieder! Buh. Warte. 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 Ich gebe hier drüben Deckung. Ich mache ihn kaputt. Mein Lancer ist leer. Ich muss nachladen. Start klar. Ah, jetzt hat er keine Deckung. Achtung, bereit machen für die Abflücher. Ich sehe dich. Voll offen. Scheiße. Heute nicht. Bereit oder nicht, ihr Penner? Ich halte die Augen offen. Hier. Auf dem Weg. Boah, ich verkack das schon wieder hier, ne? Komm nur her, ihr Wichser. Netter Versuch, Arschloch. Scheiße. Bereit für die Konfrontation. Kampfunfähig werden. Ich sichere den Bereich hier. Sichere mir ein Schussfeld. Ich mache das schon eine lange Zeit. Verfehlt! Tod. Verdammt! Sit! Los geht's! Wurde bereits verwendet. So. Tun wir's. Oh, komm schon. Ah, fuck! Ich bin fit! Bin fit! Oh, mach ihn kalt hier. Eingraben! Da kommt sie jetzt! Hab sie! Oh, mach ihn kalt hier! Ich kann drücken! Ausgelöscht! Okay. Wieder bereden. Drücke aus! Alles klar, aber kein Grund, mich herumzukommandieren. Ja! Okay, das fing ja schon mal gut an. Naturtalent! Komm, reche dich! Dachte, ihr was für ihr! Was? Schluss. Ziel neutralisiert. Meine Fresse. Okidoki. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht's Bock. Und, äh... Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich. Bis dann. Ciao!